So, da wären wir wieder. Wir wurden schon wieder von Räubern überfallen. Das Gebirge hier ist echt infiziert mit den ganzen Viechern, wollte ich schon fast sagen. Wir können jetzt versuchen zu fliehen, zu verhandeln oder uns in den Kampf stellen. Das Verhandeln hat letztes Mal ja nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir stellen uns gleich zum Kampf. Mal gucken, wie viele es diesmal sind. Es sind wieder fünf, aber diesmal ist das wesentlich besser aufgestellt. Also wir kommen jetzt leichter da an die Seiten von den Gegnern ran. Das heißt, du läufst schon mal da hinten hin. Unsere Kämpfe können eigentlich da schon eine Reihe bilden. Das ist okay. Du gehst einfach nach hinten. So, Terik sollte ein bisschen nach vorne gehen, damit er die da hinten abfängt und die nicht auf die Elfen losgehen. So. Du gehst hinter den und sticht in den Rücken, wie es das für einen Schurken gehört. Und Terik kriegt wieder einen auf Deckel. Aber damit muss er klarkommen. So, den versuchen wir jetzt ganz schnell auszuschalten. Und Jallen schmeißt mal einen Zauber. Kampf. Full Monictus. Auf dich. Sechs Schadenspunkte. Der hätte sie auch im Bogen schießen können. Aber na gut. Alle waren auf den. Gleich noch einen. Komm schon. Jetzt wird er in besseren Full Monictus. Mehr als sechs Schadenspunkte. So zehn wären ganz nett. 14. Ah, toll, toll. Also er hat jetzt schon 20 Trefferpunkte abbekommen. Der dürfte nicht mehr allzu viel aushalten. Wechseln wir mal ganz kurz das Ziel. Und du gehst da hin. Denn der Wegelager da wurde auch schon angeschlagen. Oh. Sie hat aber Rapier in der Hand. Langbogen und kann nicht mehr schießen. Schade. Du darfst eh nichts machen. Und oh. Terik ist gut am Bluten. Du verteidige dich mal. Du machst einen Schritt zurück. Und nicht bewegen, sondern schießen. Angriff. Du hast auch ein Rapier in der Hand. Hätte ich mal im Nahkampf bleiben sollen. Aber gut. Abwarten. Komm schon. Jetzt ein richtig guter Treffer. Du aber. Der darfst mich auch schon angeschlagen. Zeh, ihr Burschen. Mal gucken, wie zäh sie mit einem Pfeil im Rücken umgehen. Nicht getroffen. Ah. Terik sollte mal einen Heiltrank benutzen. Hat den Heiltrank in der Hand. Nein. Der hat den Schild in der Hand. Und den kann er nicht benutzen. Und das zählt als Versuch. Und hat dadurch alle seine Bewegungspunkte verloren. Ähm. Na gut. Du machst mal Kampf vor Manectus auf den da. Und verbrennst damit seine letzte Astralenergie. Aber der Kampf sieht ein wenig kritisch aus. Also sollten wir das schon machen. So. Wir könnten jetzt Gegenstand wechseln und einen Heiltrank trinken. Aber da hat er eine Runde lang kein Schild in der Hand. Naja. Komm. Trotzdem. Gegenstand wechseln. Wir hätten gerne einen starken Heiltrank. Und den benutzen wir auch gleich. Zwölf Lebensenergie. Das ist doch ein Witz, oder? Für einen starken Heiltrank. Na gut. Komm schon. Und der erste flieht. Sehr gut. Du bleibst da stehen und schießt auf den anderen. Der müsste jetzt eigentlich auch gleich fliegen. Der hat nämlich schon sehr viel abbekommen. Oh. Tirek. Hat von den zwölf wieder gewonnenen Lebenspunkten. Gleich wieder sechs verloren. Du kannst nichts machen. Du haust den da am Rücken. Komm schon. Komm schon. Ein Trefferpunkt. Du machst nichts. Tirek sollte jetzt erstmal wieder den Gegenstand wechseln. Au. Shit. Und greift ihn jetzt vorsichtig an. So. Komm schon. Letzter Pfeil. Ja. Der müsste auf jeden Fall fliehen nach so einem Treffer. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt schon an ihm vorbeilaufen. Aber es ist nicht wirklich sicher, dass er umkippt oder wegläuft. Komm. Hauen wir noch einmal drauf. Aggressiv. Unternehmens. Dann halt du auch nochmal. Er wird von vorne angegriffen von Chirugon. Pariert das Ganze und kriegt dann noch einen Stich in den Rücken, den er ihn auch nicht trifft. Oder den er auch pariert. Das ist echt ein super Held. Na gut. Du läufst jetzt dahin. Abwarten. war er eigentlich schon dran. Also dieser Schurke, den will ich die ganze Zeit angreifen. Also hat er überhaupt schon Zeit gehabt zum Fliehen? Ich glaube nicht. Na gut. Sei es drum. Tereks Angreifer kriegen auch zum ersten Mal Schaden. Das ist gut. Na, ich habe sichern geklickt. Das wäre wahrscheinlich der Pfeil gewesen, der ihn den Rest gegeben hätte. Aber der flieht auch so. Na gut. Du sicherst. Du sicherst. Und du kümmerst dich jetzt um den. Aggressiv. Du schießt auf den. Und Chirugon geht gleich auch auf den da los. Damit nicht alle auf Tereg hauen. Und du bewegst dich mal weg. Ja, das ist ein taktischer Rückzug. Keine Flucht. Du wechselst die Waffe. Auf Rappier. Und stellst dich da in den Weg. Du stellst dir volle Lebenspunkte. Also dürfte das schon passen soweit. Außerdem hast du noch recht viel Astralenergie, um sich selbst zu heilen. Oder um den Gegner einen Folmenektus zu geben. Tereg sichert. Und du zauberst. Kampf. Folmen. Und einen guten bitte. Elf. Oh, elf ist okay. So, zwei gehen auf Myröm. Der andere wird wahrscheinlich auf Chirugon gehen. Nee, der flieht. Oh, umso besser. Dann gehst du mal da hin. haust du den Angeschlagenen an. Oder war der andere der Angeschlagene? Ah, egal. Egal. Einfach alle anhauen. Du stehst du mal da hin. Du stehst du mal da hin. Und dann gehst du mal da hin. Wie wir hier treffen werden. Wie wir fahren wieder hin. Wo sind wir unterwegs? nach mit sand der weg dahin dürfte jetzt eigentlich frei sein denn zweimal banditentreffen ist schon recht viel gewesen und drittes mal echt komisch so kann schon angriff hat direkt rodel da war nicht mit kämpfen darf obwohl er sich jetzt ja eigentlich einmischen könnte jetzt haben wir nicht mal auf hinein ja kommen direkt nach vorne du bleibst weiterhin du hast eine alte option komm schon direkt du bist doch recht angeschlagen du kommst gar nicht mehr zum zug also dann lauf mal dahin jetzt wird er bestimmt gleich angegriffen fällt um das wäre ja nicht so toll so alte option oder sein gegner läuft schreien weg eins und beiden abwarten alte option kommt doch noch zum angriff sehr gut und er flieht ja vor terex kampfkraft muss jeder fliegen abwarten und jetzt können wir mal computer kampf laufen lassen talana wird wahrscheinlich wieder nahkampf sprinten aber das passt schon soweit bis dahin müssten die eigentlich umgefallen seien und haut der talana oder haut der talana nicht ja er greift natürlich talana an sie kriegt auch gleich schaden das ist nicht gut angriff oder auch nicht sehr schön computer kampf keine magie jetzt blockiert bloß den weg das talana nicht sie ist echt eine berserkerin aber gut was haben wir wir haben schon mal mehr wir haben rapier wurfmesser nehmen wir doch mal ein zwei drei vier rapiere mit und 48 abenteuerpunkte das ist doch mal schick ja du bist überladen talana hat noch platz du bist nicht mehr überladen du auch nicht komischerweise auch nicht auch nicht auch nicht gut gut dann schicken wir mir immer wieder auf essens suche talana zu ihm letzte ration gegessen ja mir um findet wasser und keine tiere schade dann halt nimm mal wache wer hält denn wache ja sind alle angeschlagen also außer jallen aber die braucht auch den schlaf für die astral energie machen wir das mal anders gerogon quenlen tirik danach machen wir talente sie hatte unsere heiltalente richtig dann kriegt sie jetzt mal die einbeeren drei stück du kriegst auch ein paar 18 lebenspunkte hat er jetzt talent anwenden heilen bunten gerogon sechs lebenspunkte und ist mal nein ist mal eine einbeeren das sieht doch schick aus kannst du gleich weiter reichen an tirik der wird dann auch erstmal verarztet heilen bunten tirik auf sechs lebenspunkte sehr schön dann darfst du die beiden ja auch noch auf essen nicht den wasser schlauch essen die einbeere essen war sie doch hier aus und 13 da kannst du die gleich wieder mal weiter reichen an sie drei stück heilen bunten wenn drei schadenspunkte na gut dann musst du halt durch die einbeeren dich hoch heilen ein lebenspunkt na gut aber wenigstens hat es ein bisschen was gebracht heißt wir haben jetzt nach nahrung gesucht wir haben die wache aufgestellt wir könnten noch noch kräutern suchen aber es ist schon 21 uhr dann kommt drei stunden können wir suchen keine kräuter und weitere helden haben ihre letzten rationen gegessen aber dürften bald wieder in der stadt ankommen da können wir uns ein wenig eindecken also mit zwei bis drei rationen pro kopf hoffentlich finden wir in der wildnis bis dahin noch mal was das ist nicht gut ganz und gar nicht gut können wir fliehen nein wir werden nicht fliehen können ich sehe das ende unserer gruppe voraus abwarten so versuch mal dran vorbei zu laufen versuch mal weiter weg zu laufen ziel so das müssen wir jetzt mit allen charakteren hinbekommen ohne dass sie umzingelt werden was vor allem bei tirik schwierig werden dürfte da er gleich schon umzingelt ist so du lauf da lang ja das war's für tirik flucht flucht tirik muss dann halt die helden ohnmacht sterben also ich hoffe mal nicht dass er stirbt sondern einfach nur ohnmächtig wird so du flucht ja du willst fliehen gerogon flieht auch also ich habe kurz überlegt ob ich mich irgendjemanden im weg schmeiße aber die frauen hier werden auch alle nächste runde rauskommen können das passt schon also verlässt er heldenhaft als zweiter das schlachtfeld so du flucht jo hoffentlich klappt das denn es ist schon eine ganze weile her dass wir gespeichert haben denn die banditen haben ja letztes mal das speichern verhindert und danach habe ich nicht daran gedacht abzuspeichern so tirik du versuchst jetzt einen blutigen fad nach vorne durchzuschlagen und ja ich habe gar nicht erst versucht zu kämpfen denn ich habe die orks recht übel in erinnerung aber da kann ich mich auch getäuscht haben das ganze war jetzt ziemlich albern aber gucken wir mal ja alte optionen ich könnte jetzt computerkampf machen lassen aber dann würde tirik wahrscheinlich wild um sich schlagen und nicht immer den gleichen angreifen und die orks scheinen wirklich sehr einfach zu sein weil der eine ork ist jetzt schon geflohen komm schon tirik du musst nur drankommen bevor der sich den weg stellt tirik tirik 5 ja gut also diese runde kann noch nicht fliehen aber jetzt kann er fliehen das war übel aber gut jetzt weiß ich dass die orks nicht so stark sind wie wegelagerer und wir ruhig so eine ganze gruppe auf einmal angreifen können trotzdem schwitz schwitz erstmal abspeichern und cut und in der nächsten folge gucken wir uns hier in der stadt erstmal um so lp 13 und bis gleich und bis gleich der d Untertitelung des ZDF, 2020